jo leute ihr wolltet rewo ihr habt rewo und zwar mit dem daros und wir sind team krit weil hier ich hab den nick krafta crash und er ist daros und zusammen sind wir team krit weil der name wird immer gemixt wir sind in 32er rewo wer sich fragt was das ist es ist einfach mini varro wer stirbt ist tot und wer tot ist genau okay wir machen jetzt einfach mal start und david okay wir laufen in die richtung okay 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 wer werden die alle kaputte bumsen ja da bin ich ja mal gespannt in die mitte laufen wir auf keinen fall das wäre des todes so drei zwei eins und los und zack und zack und weg und weg okay hast du mich im blick ne ich lauf einfach geradeaus okay ich lauf auch geradeaus das zuckerrohr soll man mitnehmen so ich hab dich gebooster danke hier sind keine bäume mann wir kriegen ja schon bäume vertrau mir es ist halt ein scheiß biom wir haben das was hier sind keine bäume doch da kommen gleich bäume vertraut mir ich sehe bäume schon ja dann ist gut dann bin ich dann bin ich happy oh man davon ist ja das sind bäume okay gut mach du mal mach du mal ne workbench ich baue noch hier abkunst stell die workbench direkt auf ja warte 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 stell jetzt die workbench auf oh mann so so zack zack willst du direkt eine spitzhacke machen dann können wir hier stein abbauen ich 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 tue da hinten so lange kühe fällen äh kühe bauen kühe fällen was laber ich denn ich wette das landet wieder auf irgendeiner zitatseite bestimmt er fällt die kühe ja ja aber was in die kühe fällst und die dann von den bäumen entstanden sind und runterfallen was was oh die shit das laberst du irgendwas cooles alter so okay ich hab den staff von den kühen und so okay hast du zwei schwerter aus stein eins gerade ich hab steine aber für dich ja okay drop mal okay nice essen direkt braten hä essen braten äh brauchen wir grad noch nicht so ich mach schon mal nen ofen so dann hol ich noch im bürschlohau wir brauchen ein eisen irgendwo her ja ja eisen wär nice am besten an den bergen entlang laufen da steht öfters mal eisen raus glaub ich ja ich guck mal hier wo wo hier mir muss doch irgendwo eisen sein also steinschwerter haben wir schon mal das ist schon mal weltklasse aber wir haben erstmal wieder einfach total Pech gehabt find der aber nix dann lass die anderen suchen ja gut wir müssen überraschen dann ja am besten überraschen komm mit komm mit hast du noch holz dabei äh zwei holz hab ich noch ja für ne crafting bench ne ja ja das reicht komm warte hier sind noch mehr kühe bist du da hinten reingelaufen wo reingelaufen in den wald ich bin berg hoch gesprungen ich bin berg hoch gesprungen ah ok ja gut hier warte mal ich könnte mir äh wir könnten uns leder rüstung machen welche leder hast du ich ich ja nicht viel zehn stück aber ich mach mir dass ich wenigstens etwas hab wir brauchen noch irgendwo einfach noch ein bisschen eisen ja eisenschwerter werden nice oh warte hier gehts unten rein in ne höhle jetzt finden wir eisen safe sicher 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 ja mach mal grad mal hier auf du hast die spitzsäcke hä wo bist du hier oben ich komme du chillst dein leben hä warum hast du gechillt weil ich gechillt hab da 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 eisen 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 ah nice ich hab ofen 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 mach da holz rein äh nee warte mal gib mir mal äh drop mir mal die holzspitzsäcke ist drin drop mir mal die holzspitzsäcke was das ich bau hier ab ach so du hast kohle ah ok 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 Und hier oben ist noch mehr Eisen. Nice. Okay. Das ist cool. Da hinten oben ist noch mehr Eisen. Ja, perfekt. Okay. Ich halt mal ausschau, ob welche kommen oder so. Da. Ich sehe einen Namen. Ich sehe einen Namen. Ich sehe... Sneak, sneak, sneak. Warte. Ja, ich sneak. Es ist nur einer. Sneak trotzdem. Wir wissen nicht, was der hat. Der ist in demselben Dingsens wie wir. Sehst du den? Nein. Der ist nicht weit weg. Warte mal. Mach du mal Eisenschwerter. Ohne Crafting Cable. Warte, warte, warte. Ich muss end-sneaken. So, zack, 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 zack. Und zack. Puh. Eisen ist da drin. Ich warte hier oben. Warte. Und ich habe mein zweites Eisen. Mach mir Eisenschwert. Zack, 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 zack. Wo wir den jagen gehen? Warte, warte, wo ist er? Warte, komm hin, komm hin. Der ist gleich die Auffrau. Ja. Nice. Da unten ist sein Teampartner wahrscheinlich. Guck da unten. Ja, ja. Warte, ich gehe runter. Wir gehen sneaken drunter. Ja, sneaken drunter. Ach komm, scheiß drauf. Wir wissen jetzt sneak wer, what the fuck. Ne, ne, ne. Du hättest sneakend runter gehen sollen. In dem Gang, komm mit. Jetzt drauf. Oh, du Penner! Nice. Wieder gekillt. Ich habe 14 Eisen. Ja, warum ist es für mich gegangen? Ja, weil du gesagt hast, wir sneaken. Warte mal. Das reicht sogar für... Ne, du machst dir ein Oberteil. Und dann können wir noch gucken, ob nach einer Hose oder so. Ja, Dropman habe ich wenigstens Stiefel. Ich meine, besser als gar nichts, aber... Ja. Ja. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Folge zu farmen, deswegen. Ja klar, wir machen Action. Ja, ja. Wir machen Action, Matchen. Alter, ich habe zwei Kills. Och, ich bin so geil. So easy, komm. Okay, willst du... Oh, okay. Warte, ich nehme die Kohle mal noch mit. Zack. Gut, ich komme. Let's go. Party Marty machen. So, okay. Mitte geht es hier lang. Lava. Ich kann es auch nicht. Dann sind Endermänner. Und hier sind Spinnen. Warte mal, machen die Schaden. Oh, oh, lol. Hey, ich habe das irgendwie in Erinnerung, als wir das das letzte Mal gezockt haben, dass die Mobs keinen Schaden machen. Weißt du es noch? Keine Ahnung, es machen voll viele. Ich weiß es nicht. Oh, wo seid ihr? Hier, hier ist der Border. Leute, bewegt er sich gerade? Ja, der kommt gerade näher. Ich glaube, die sind... Ja, hier unten geht es mit Koppel runter. Ja, aber hier ist er wieder raus. Guck mal, der hat auch so ein Dings gebaut. Ah, hier weg! Au! Fuck! Wo kommen die ganzen Creeper her? Wow! Ey, ich bin gleich tot. Fuck, 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 fuck. Ich komme hier unten nicht raus. Die Border, die Border fickt. Geh, komm raus da! Ja, 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 ich bin... Ich... Oh, wuuu! Ich bin vergiftet. Alter Schwede. Oh mein Gott, ich bin hart vergiftet. Dann trink eine Milch. Habe ich nicht. Ja, das ist natürlich so. Halbes Herz, warte. Was? Ey, wenn du stirbst, habe ich keinen Bock weiterzumachen, alleine. Ja, relativ. Ich komme wieder raus. Okay. Er kommt da wieder aus seinem Häuschen raus. Ähm, warte mal, ich kann einen... Ne, fuck, ich brauche eine Spinne, um einen Boom machen zu können. So, so, zack. Ach, fuck, ich hatte ja noch. So, zack. Okay, jetzt, ähm, töten für, äh... Oh, unter uns, unter uns, unter uns ist einer. Ernsthaft? Ja, 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 das deckt sich, glaube ich, da... Das deckt sich die Schlucht. Junge! Was ist da? Oh, lol, das ist eine Spinne. Warte, warte, Achtung, Achtung, Achtung. Da ist er. Fuck. Oh. Hab ihn. Ja? Lol, wer ist denn das? Die Sachen sind unten. No, da ist er! Der Typ ist da! Da ist noch einer! Ja! Komm runter, komm runter! Ich hab kaum Leben. Der kommt, ich komme von hinten. Ja, mach! Wow! Nice! Nice! Du zwei Kills, ich zwei Kills! Was geht? Junge, wie geil war das? Du zwei Kills, ich zwei Kills. Nice! Wo seid ihr? Mitte, oh, komm, 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 komm. Da ist die Mitte, ja. Ist der Typ da? Ich seh da keinen. Gerade. Doch, da ist... Der stackt sich gerade hoch. Ich hab ja den Bogen. Ja, warte, warte, bis wir da sind. Ja, der hat er wirklich schon gesehen. Ja, der hat sich eh schon gesehen. Der hat sich hochgesteckt. Ja, aber der hat sich schon davor runtergedeckt. Der ist schon bevor ich geschossen hab. David, wenn's zu krass wird, komm zurück. Ich hab die Pfeile, oder? Ich fick den aus dem Leben. Okay, mach das. Dann fick ihn mal. Two is the Apo. Lol, warum brennt er? Der weiß ich ihn aber, ich schubst hab null. Okay, warte. Ah, Mann. Da läuft das Glas zickzack. Ey, ich treffe mich! Warum treffe ich den? Wieso kann ich das jetzt gerade nicht? Ach, hier kommt, los! Ich hab den jetzt fällig. Warte, warte, ihr kommt jetzt dahinten in den Berg danach. Warte mal. Boah, ey, mein Boss gilt gerade des Todes. Lol, ihr geht da hinten in die Ecke rein. Der Border bewegt sich, by the way. Warte mal, ich versuche über den Berg in den Weg abzuschneiden. Hab ihn. Nice! Okay, gut. Nick at all. Wo bist du? Fragezeichen. Lol, jetzt sind wir Team Bade. Jetzt sind wir Team Bade. Oh, der ist da! Der ist da! Da! Ich hab ihn getötet! Wir haben gewonnen! Wuhuuu! Chi-chi! Nice! Warte mal, was steht hier? Ja! 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 Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Tschüss!